Naja klar. Okay, Rutsch. Okay. Wie du meinen. Och nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööse nicht so n' Ritterdüüüüüd. Woahhohohohohohoh. Wow, Alter. Ja, der ist ganz schön schmerzhaft. Mhm. Muss ja nichts hin. Auah. Heilig. Heilig. Oh, was machen die Dinger? Was macht man jetzt? Auah. Gott. Was macht denn der da? Oh, shit, ich hab das weg. Nein. Ich war schon dead. Er heilt sich mit irgendwas? Mit diesem Lanzen vielleicht? Ich weiß es nicht, aber... Sein Name ist Regenerator, also... Ach so, dann macht er das einfach dauerhaft. Sein Name ist Regenerator. Wo ist er denn? Hier unten. Hä? Ich bin in Schwierigkeiten. Ich mach irgendwie echt keinen Schaden bei dem... Gut, den zu treffen ist halt beim Ausweichen eher blöd, aber... Nein. Nein. Ah, okay. Verstehe. Ja, ist ja okay. Chill mal. Du kleine Kackpatze. Na, geh doch weg, da. Man muss unbedingt diese Dinger treffen, bevor er das ist. Ich bin tot. Okay, so ganz, oder? Nee, nee. Ich, äh... Hast du noch gehundet, oder? Nee, mein Hund hat mich schon gehundet. Hm. Das wird blöd. Ja, das schaffst du doch wieder ohne mich hier. Ich weiß, das zu schätzen. Na gut. Danke. Ja, gerne. Was will er denn jetzt von mir, Mensch? Alter, ist das dein scheiß Ernst? Alter, ist das dein scheiß Ernst? Oh Gott. Oh Gott. Das war klar. Ah. Ah. Nein, jetzt war's dead. Dicke dead. Ja. Und? Wir auch dead. Beide dead. Ja, was? Nein, wa... warum warum bist du sofort gestorben weil du kein herz mehr hast dein relikt ist und ohne relikt ist ja die chance laut spielwerk ja 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 deine chance geld zu bekommen ja 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 okay cool du schaffst das doch aber süß wäre noch du zeug ich auch mann warte kurz können wir uns dann aber kurz hinsetzen ok aber es war knapp Warte kurz, oder bist du schon drin? Ja, ne ne Was haben wir denn noch hier so Eigentlich gar nichts Die Bindungskugel ist gar nicht richtig übersetzt Okay Meinst du, Rüstung bringt ein, was da bei dem? Ich hab keine Ahnung Ich werd's ausprobieren Ich meine, Rüstung ist nie verkehrt, oder? Der macht Feuerschaden, oder? Er? Ja, in erster Linie Hat sich mir nicht vorgestellt Hast du dann das Gefühl, er macht Feuerschaden? Naja, ich hab jetzt nicht gesehen, dass ich irgendwie gebrannt hätte, oder so Ja, aber sein Zeug wirkt ja sehr feurig da Was er da durch die Gegend wirft Na, mittlerweile versuche ich immer rüstungsmäßig dann da die Sachen gegen reinzunehmen, weißt du? Die Widerstände Ich wär soweit Ja, okay, dann los So, jetzt ist er bei dir, oder? Wo ich alles gestündet hab So in den Kackdeck So ein blöder Idiot Ach, Mann Lass mich doch in Ruhe, Mann Also jetzt hab ich dasselbe Problem bedogen So richtig erwischen tue ich nämlich Alter, willst du mich verarschen jetzt? Geht die Attacke durch die Wand durch Ey, das ist ja lächerlich Ja, genau Jetzt lass mich doch in Ruhe, Mann Er macht Blödsinn Oh Gott Das ist nicht gut Dankeschön Warum sagst du Dankeschön? Aber ja Danke für die Möglichkeit Ja Mein erster Hilfekuss aufzufrischen Er macht seinen Blödsinn Ja Scheiße Ich steck hier halt wieder in dieser Ecke Dann roll raus Ich hatte dir sogar Hilfekuss mussten Aber du bist ausgelösen Ja, danke Ich bin durch eine durchgelaufen, ja? Ich bin genau in deinem Zeug drin Nein Ach Mann, ich bin dead Tschüss Jetzt hol ihn doch wieder, Mann Was ist denn der Problem, Hund? Also er ist hergerannt Aber er hat nur den Typ angegriffen Oh, ja, das war's Oh, das ist nicht gut Nein, jetzt Lass mich doch liegen Ach, Mann Geh ohne mich Lass mich Lass mich Ich habe keine Muni mehr. 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 Ich verstehe nicht ganz, wie man deren Ding benutzt. Oder so lernt man den quasi und muss ihn dann auf eine seiner Waffen machen. Nee, kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Und dann den Dings von der Nahkampfwaffe. Naja, da stand irgendwas mit einem rückwärtigen Ausweichrolle. Ja, das macht der ja, oder? Hm. Bitte, bitte. Optionen. Das ist auch gut. Steuerung. Mottschaden wäre auch nicht schlecht. Aber nur auf die Waffe? Also von der Waffe, wo es drauf ist? Vielleicht, ja. Hm. Welcher habe ich denn jetzt aktiv drin? Erhöhen den nächsten Schwachstellen-Treffer ja gut. Hm. Was machst du da? Ja, was? Hoppala. Aber das Problem ist... Wie... Also ich sehe ja nicht, wann es breit ist. Und wie genau ich es jetzt ausgelöst habe. Hm. 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 Mhm. Hm. Ah Ist ja auch ein witzig Eigentlich ist es voll der coole Buff Okay Gut, aber Nahkampfschaden Äh, wie? Oder was meinst du? Ich meine den von dem hier, warte Erhöht den Gesamtschaden um 12% und das Bewegungstempo um 12% Ja gut, aber dafür musst du ihn ja mit dem Nahkampf treffen, oder nicht? Ja gut, ich muss halt den Skill hier dann machen Hm Ja, ich meine Nahkampf ist bisher jetzt eh nicht so viable gewesen, wie ich es gehofft hatte Ich meine ja, die Spektralklinge, ich weiß halt nicht, ob das Skill jetzt ready wäre Dann müsste man ihn so auslösen können Ja Aber lohnt sich das dafür, das Ding mitzunehmen? Ich meine, es ist schon ein bisschen schneller als mein Schwert Aber ich müsste halt erstmal upgraden, damit es was bringt Na mal gucken Ich gucke jetzt erstmal, ob ich meine Schusswaffen hochmachen kann Pipp, 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 pipp Brauchst du was? Uh Ah, gehärtetes Eisen, ja, ist auch mein Problem Man kann sagen, herabstufen. Ist ja witzig. Ja, wo kriegt man ein geschmiertetes Eisen? Äh, gehärtetes Eisen. Weiß ich nicht, aber ich kann nichts mehr hochmachen. Wie geht's? Nee, ich jetzt auch nicht mehr. Ich brauche jetzt auch gehärtetes Eisen, meine Knarre. Auf Level 16 dann. Tja, dann weiß ich nicht. Ich meine, klar, ich kann diese Cube-Waffe da wieder herabstufen. Die brauche ich ja eigentlich nicht. Ist schon cool, dass man das kann. Konnte man das schon immer? Ich glaube, ich habe keine Rechte. Ja, ja. Okay. Konnte man schon immer. Die Sprech-Dreiklinge macht halt so viel weniger Schaden als mein Brussschwert. Hm. Du siehst halt schneller. Hm. Hörst du da draußen gut auf dich auf. Hoffentlich war es kein Fehler, die andere Waffe jetzt wieder klein zu machen. Aber hier in der Stadt läuft es ja richtig. Vielleicht, weil es hier so Ascheregen hat oder so. Ja, irgendwie ist das Wetter hier auch gerade sehr seltsam. Meinst du, es ist so wegen, äh, wegen dem, was wir gerade, wo wir gerade sind? Hm. Kann sein, ja. Guck mal, ob ich noch mal beim Matschzahn was holen kann. Na, denk dran, so Elixiere kann man immer nur eins nehmen, ne? Ja. Bei dem Pan konnte man was noch mal hochmachen? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, diese Waffendinger, diese... Du hast ja auch deine Waffen, nicht nur die Motz, wenn man auch diese komischen Fähigkeiten, Steinchen, sage ich. Hm. Und, äh, das kann man da hochmachen. Wäre halt auch noch eine Maßnahme, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die, die ich hab, jetzt hochmachen soll, oder ob ich mir das eine neue hol. Rückerstatter ist ja auch ganz witzig. Schüsse von dieser Waffe besitzen eine 20% Chance von, äh, in dem, in Munitionsreserven zurückzukehren. Dann haben wir verschiedene. Ich weiß halt gar nicht, was ich jetzt drin hab. Und wer hat nochmal... Das war der andere, ne? Beim, beim Hafen oben. Der die Dinger hochgemacht hat, die... Das Wohnenherz. Ja, bei dem konnte man ja nur das Herz hochmachen. Hm. Ob man das auf den Boss anwenden kann? Ich weiß es halt nicht. Habe ich denn da auf der Waffe drauf? Töter. Und hier? Wiederbelegen. Achso, wir haben ja kein Simularkrom. Mhm. Pui. Auf Wiedersehen, Fremdling. Ich probier das mal aus. Ob das mit dem Rückerstatter auch geht, wenn ich in meinem Spektralmodus bin? Weil dann könnte ich den Spektralmodus anmachen, hätte ja unendlich Schuss. Und dann würde der mit einer 20% Chance in meinem Magazin wieder auffüllen. Hm. Das wäre witzig. Aber ist Muni wirklich immer so ein großes Problem? Hm. So lange sollten die Kämpfer, glaube ich, nicht andauern, dass sie ein Problem wären. Hm. So lange sollte die Kämpfer, glaube ich. Das ist nicht nur so ein Problem, denke ich, denn es habe alles zu tun. Das war ich auch noch. Und da war es nicht. Also, dass keine Kämpfer, glaube ich, ist, was ich weiß, dass... Und da war es nicht mehr so ein Problem? Also, wenn man sich das zu tun, was war es nicht mehr so ein Problem ist. Und wenn man vor, wenn ihr euch smarten.. Und wenn man nicht durch die Kämpferung, dann machen sie keine Sekunde, Ich möchte hier mal so ein Problem. Und wenn man sich das verschreibe, dann geht. Und wenn der capability you euch nicht mehr so ein Problem, dann geht es wiederum. Und da ist das ist alles um, Und wenn man sich mal so ein Problem, Hm, ja mal gucken. Ist ein bisschen unübersichtlich, das mit dem Upgraden und so. Hm. Find ich. Sind da allgemein so ein paar Sachen ein bisschen unübersichtlich. Aber ja. Ich meine, das mit Batterie ist auch geil. Fernkampftreffer erhöhen den nächsten Schwachstellen-Treffer um 10% pro Stapel. Hm. Weil so oft, wie man den Dude nicht richtig trifft. Und wenn man den dann einmal richtig trifft. Hm. 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 Okay. Hm. 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 Der Wind lauscht. Na gut. Mit so viel Geld bin ich noch nie wieder hier weggegangen. Bis wir irgendwann mal den Dude finden, der vielleicht auch Rüstung hochmacht und dann... Ja, das wäre ein bisschen traurig. You can do it if you really want. Der verdorbene Affen. 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 Okay. Da fahren Schiffe. Ach was, echt? Und Ehemänner. Was, Ehemänner? Nein, Ehemänner und Schiffe. Am Affen. Okay. Am Affen? Ist alles okay bei dir? Ja. Ja. So hatte ich jetzt zwar dann... Äh, ja. Okay. Ich fühle mich jetzt nicht wirklich geupgradet, aber ja. Nee, ich auch nicht. Also... Hat er jetzt was? Ja. Äh, diese one. Okay. 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 Ah, okay. Ah. Uh oh. Nein, 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 nein. Er kommt. Wir dürfen nicht zusammen stehen. Ich gehe ja schon. Nein, aber dann ist die Chance für ihn größer und zweiter zu treffen. Ja, das stimmt. Wow, voll gut. Nein, 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 nein. Nein. Mann, Alter, du hässlicher. Also mit dem Ausweichen hier ist er aber auf echt weg. Das stellt übrigens wirklich Moni wieder her. Ein Stück. Alter. Das ist nicht gut. Danke. Oh Junge. Ich glaube dieser Ring hat mir schon so auf den Arsch gerettet. Auch. Oh. Oh, wow. Oh mein Gott Ich glaub, er macht seinen Scheiß Ja, sein Armageddon da Ja 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 Den zweiten vergesse ich immer. Das sieht nicht gut aus. Was laberst du? Hier hinten ist sauber, okay? Ja, das ist richtig. Nein! Zweiter Hit. Ja. Guck mich doch mal an, wenn ich mit dir schieße. Oh, oh. Töte ihn! Töte! Töte ihn! Bitte, bitte, bitte töte ihn! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh der Diablo-Gegenstand, Mann. Huh! Ja! Hast du gut gemacht! Ja, Tito! Ey! Das ist aus wie der von Overwatch, Mann. Geist. Oh! Ah! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020